Hi zusammen, heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar um das Thema Alleinebleiben, was sehr, sehr schwierig für mich ist. Und deswegen wollen wir heute euch einfach mal einen Status Quo geben, was wir bisher gemacht haben und wo wir das Gefühl haben, das funktioniert für uns gerade ganz gut. In meinem letzten Video mit den Dingen, mit denen meine Eltern gar nicht gerechnet haben, haben wir euch ja schon darüber berichtet, dass das Thema Alleinebleiben und Anhänglichkeit einfach eine meiner größten Baustellen ist. Und deswegen wollen wir euch einfach mal in diesem Video unsere bisherige Herangehensweise zeigen und auch mal mit euch schon mal reflektieren, was wir falsch gemacht haben, weil wir haben definitiv nicht alles richtig gemacht von Anfang an und das wollen wir mit euch teilen, damit ihr vielleicht mit eurem neuen Welten die Dinge direkt schon besser machen könnt. Und am Ende des Videos teilen wir euch dann auch noch die wichtigsten Tipps mit, die für uns gerade gut funktionieren. Starten wir aber also mit dem aktuellen Status Quo und der Herangehensweise. Und zwar bin ich ja im Dezember bei meinen Eltern eingezogen und da war es wirklich so, dass wir die ersten Tage nur gemeinsam verbracht haben. Und das waren ja auch die ersten Tage dann kurz vor Weihnachten und über Weihnachten und da war ich eigentlich rund um die Uhr bei meinen Eltern und wir waren dann natürlich ein Heiligabend bei meiner Familie, also bei der Familie von meiner Mama und am anderen Tag bei der Familie von meinem Papa und ich war nur bei meinen Eltern und haben praktisch das Alleinsein da noch gar nicht so richtig geübt und haben dann wirklich erst nach, ich glaube, zwei Wochen mal angefangen, dass meine Eltern mich kleinschrittig versucht haben, alleine zu lassen und da wirklich aus dem Raum rausgegangen sind für ein paar Sekunden nur und dann wieder in den Raum reingekommen sind und mich komplett dabei ignoriert haben und so getan haben, als wäre das ganz, ganz normal, dass sie halt verschwinden, aber auch direkt wiederkommen. Und das war wirklich schwierig, weil ich habe echt immer direkt angefangen zu weinen und sie konnten halt noch nicht mal ein paar Sekunden wegbleiben und die Zeit mal irgendwie auf zehn Sekunden erhöhen und das war wirklich, glaube ich, ganz, ganz frustrierend für meine Eltern und dementsprechend war das so eine kleine Blockade, weil sie noch gar nicht so verstanden haben, wie kleinschrittig man eigentlich wirklich an das Alleinebleiben rangehen muss und haben dementsprechend da auch echt so ein bisschen die Anhänglichkeit trainiert und mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, nämlich ein kleiner Welpe, dem Alleinsein ganz, ganz schwer fällt und der sehr, sehr anhänglich ist. Aber, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht zu spät, um etwas zu ändern und deshalb haben wir dann irgendwann angefangen, das Alleinebleiben zu trainieren und zwar mit Snackies. Das hat mir natürlich ganz, ganz gut gefallen. Das heißt, meine Eltern haben mich dann alleine gelassen und ich habe immer was zu kauen bekommen. Das heißt zum Beispiel einen meiner Lieblingssnacks, ein Kaninchenöhrchen oder aber auch eine Kaustange, die noch so umwickelt war, damit so ein Käse oder sowas ähnlichem, das fand ich auch richtig, richtig gut und hat auch gut geklappt, bis natürlich dann der Snackie aufgegessen war. Und dann war wirklich auch das Theater direkt groß und das hat dementsprechend auch gar nicht so gut funktioniert, weil ich mich gar nicht wieder einbekommen habe. Und das war eher noch viel schlimmer, weil ich erst abgelenkt war und dann habe ich gemerkt, erst als der Snack aufgegessen war, oh, meine Eltern sind ja gar nicht da und habe gar nicht so dieses Alleine-Sein-Szenario als Alleine-Sein-Szenario verstanden. Und deshalb ist das auch etwas, was wir dann jetzt auch geändert haben. Das heißt, was meine Eltern momentan ganz, ganz stark mit mir trainieren und bestimmt wirklich 20 Mal am Tag machen, ist dieses Szenario, das wir ganz am Anfang eigentlich trainieren wollten, wo sie dann zu schnell aufgegeben haben. Und zwar, dass sie einfach den Raum verlassen und dann wiederkommen und dann langsam den Zeitraum erhöhen. Und das ist wirklich was, wo wir mittlerweile schon eine kleine Verbesserung merken. Wirklich ganz, ganz kleinschrittig müssen wir da denken. Und zwar ist es so, dass meine Mama jetzt zum Beispiel mit mir in einen anderen Raum geht, der irgendwas macht und dann rausgeht und mich in den Raum lässt. Und mittlerweile ist es sogar so, dass ich mich hinsetze und nicht direkt anfange zu jaulen. Und dementsprechend Mama bestimmt so 30 Sekunden bis 60 Sekunden, je nach Situation und nach Lage, den Raum verlassen kann, ohne dass ich bälle. Und dann kommt sie wieder, macht wieder was im Raum, guckt mich gar nicht an, ignoriert mich. Und das ist echt was, wo wir merken, dass die Situation besser wird. Ganz kleinschrittig und wir sind noch ganz weit davon entfernt, dass ich alleine bleiben kann über einen längeren Zeitraum. Das haben wir nämlich auch mal versucht, dass ich einfach mal über einen längeren Zeitraum alleine bin. Meine Eltern haben das mal 8 Minuten versucht, um einfach zu gucken, ob ich mich vielleicht nach einigen Minuten von selbst einkriege und realisiere, dass meine Eltern nicht da sind und dass sie wieder zurückkommen werden, weil bisher war es ja immer so. Aber das hat sich wirklich einfach hochgeschaukelt. Und nach diesen 8 Minuten haben meine Eltern das dann auch abgebrochen, weil sie halt auch nicht wollten, dass ich mich da noch mehr reinsteige und dass ich dann ein traumatisches Erlebnis habe, was das Alleinsein dann natürlich noch schwieriger macht, wenn ich einmal so eine ganz, ganz negative Erfahrung gemacht habe. Und dementsprechend haben wir das dann gelassen und machen das jetzt wirklich in diesem ganz kleinschrittigen Verfahren, was natürlich ganz viel Disziplin erfordert von Seiten meiner Eltern, dass sie das wirklich am Tag 20 Mal mit mir machen oder noch häufiger. Ich meine, je häufiger, desto besser. Und was einfach ganz viel Zeit und Mühe auch erfordert, weil ich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie jeden Tag die Dauer 5 Minuten steigern kann, bis ich dann irgendwann mal 2 Stunden allein sein kann. Sondern das wird sich, glaube ich, dann echt über eine ganz langsame Lernkurve aufbauen. Aber das ist das Einzige, was gerade für mich funktioniert. Und vielleicht liegt es einfach an meiner eigenen Charaktereigenschaft, weil ich habe mich ja auch mit anderen Pudelfreunden ausgetauscht. Und bei manchen funktioniert es besser, bei anderen funktioniert es schlechter. Und dementsprechend ist es vielleicht einfach eine Sache, die mir ein bisschen schwerer fällt, wo mir dann aber andere Sachen vielleicht einfacher fallen. Oder es liegt wirklich daran, dass meine Eltern am Anfang das ein bisschen vernachlässigt haben und dass es besser wäre, wenn wir es von Anfang an trainiert hätten und wirklich da mit Disziplin rangegangen wären. Aber wer weiß das schon, das sind ja Dinge, die wir jetzt auch gar nicht mehr ändern können. Und deshalb ist das so unser aktueller Stand und unsere bisherige Journey. Und da haben wir jetzt ja natürlich auch schon ganz, ganz viel raus gelernt und wollen jetzt dann noch einmal als Fazit unsere bisherigen Tipps mit euch teilen, was für uns gut funktioniert und was wir auf jeden Fall auch jedem empfehlen können. Unser erster Tipp und auch etwas, was meine Eltern definitiv mit mir anders gemacht hätten, rückblickend ist, dass sie einfach früher angefangen hätten, weil einfach ich als Welpe ganz, ganz schnell was lerne und dementsprechend mich jetzt sehr, sehr doll an die Anwesenheit meiner beiden Eltern gewöhnt habe, weil ja auch beide von zu Hause aus arbeiten. Und dementsprechend hätten sie eher damit angefangen, dass ich alleine bleiben lerne. Und wie sie es gemacht hätten, ist, dass wir wirklich ganz, ganz kleinschrittig rangegangen wären. Also das, was wir auch jetzt machen und dann auch die Zeiträume ganz langsam steigern. Und Welpen und Hunde sind Rudeltiere, die sind eigentlich immer zusammen. Und dementsprechend muss man sich da wirklich in die Lage des Hundes reinversetzen und sich vorstellen, dass der noch nie alleine war und dementsprechend für den paar Sekunden auch schon abnormal sind und da mehr Empathie haben, dass man wirklich ganz kleinschrittig daran geht und die Zeiträume ganz langsam steigert und wirklich im Sekundentakt, auch wenn das für einen ausgewachsenen Menschen natürlich etwas surreal ist. Weitere Tipps, die noch helfen können, ist auf jeden Fall, dass man das übt, wenn man ausgelastet ist, dass man den Hund dann ein bisschen länger mal alleine lassen könnte, dass der Hund natürlich auf Toilette war, getrunken hat, gegessen hat, also alle seine Bedürfnisse gestillt sind und natürlich dann auch an einem Ort, wo der Hund sich wohlfühlt und den erkennt, dass er vielleicht seine Decke hat, die er kennt oder auch Gegenstände, die nach den Eltern riechen. Das hilft auf jeden Fall immer. Und jetzt ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Mensch zurückkommt, wenn der Welpe sich gerade ruhig verhält. Also wenn ich zum Beispiel an der Tür jaule oder dahinter bälle, kommen meine Eltern nie zurück in den Raum, weil ich dann natürlich denken würde, dass sie zurückkommen, weil ich gerade Theater mache und weil ich gerade laut bin und dass sich das dann dadurch sogar noch verstärkt. Das heißt, sie warten immer, bis ich mich ruhig verhalte, sind zum Beispiel dann schon vor der Zimmertür oder machen eine andere Tür auf und zu. Dadurch werde ich dann auch immer automatisch ruhig und dann, sobald sie in den Raum kommen, das machen sie erst, wenn ich wirklich ruhig bin. Das heißt, wenn ich sie dann sehe, bin ich ruhig und weiß dann, okay, ich muss ruhig sein, damit ich meine Eltern sehe. Und das ist wirklich was, was wir gerade ganz, ganz stark üben. Und auch, dass meine Eltern da kein großes Tamtam und kein großes Dramatum rummachen, dass sie tun, als wäre das wirklich was ganz Normales, dass ich nicht denke, oh Gott, es passiert hier gerade was wirklich Schlimmes und meine Eltern verabschieden sich von mir und begrüßen mich freudig, wenn sie wiederkommen und loben mich. Das muss ja wirklich was ganz Schlimmes sein, was ich hier durchgemacht habe. Und das ist ja wirklich auch was, was die Eltern und was die Menschen nicht wollen. Es soll das Normalste der Welt sein, dass der Mensch auch mal kommen und gehen kann. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass die Eltern da auch ganz gelassen sind und das mit Fassung tragen und dementsprechend eher mich dann als Welpen ein bisschen ignorieren und so tun, als wäre das ganz normal. Und was noch ein extra Tipp ist, was uns so ein bisschen geholfen hat, dass man einfach auch mehr Sicherheit dafür bekommt, wenn ich mal alleine bin, ist, dass meine Eltern ein Handy dagelassen haben und mit dem anderen Handy dann zum Beispiel einen FaceTime oder WhatsApp-Anruf gemacht haben, natürlich sich auf stumm geschaltet haben oder wenn ihr es natürlich noch besser machen wollt und bei der Handys mitnehmen müsst oder auch für langfristig, wenn man dann mal den Hund länger alleine lässt und auch einfach mal länger weg geht, wenn man das dann aufgebaut hat und geübt hat, ist so eine Hundekamera. Die werden wir uns auch noch anschaffen. Wir haben da schon eine rausgesucht, die wir von Freunden empfohlen bekommen haben. Die habe ich euch auch schon mal unten verlinkt. Das hilft auch ganz, ganz stark fürs Alleine sein. Und dementsprechend sind das so unsere Tipps, die wir haben, auch wenn wir wissen, dass wir auch noch ganz, ganz doll am Anfang stehen, wie ihr auch in diesem Video gesehen habt. Aber trotzdem ist es ja gut, sich auszutauschen und schon mal das zu teilen, was gerade bei uns der aktuelle Status Quo ist. Und vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps oder Dinge, die ihr teilen könnt, die uns helfen könnten. Das wird uns natürlich auch total weiterbringen. Und da sind wir auch immer offen für. Das heißt, lasst uns einfach einen Kommentar da oder kontaktiert uns auf Instagram. Da schreiben wir auch immer zurück. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffen, dass bei euch das Alleine sein besser klappt als bei uns. Und natürlich auch, dass sich das bei uns in Zukunft dann auch noch aufbaut. Das wäre mir natürlich als Welpe auch ganz, ganz wichtig, dass ich meinen Eltern da etwas Freiheit zurückgeben kann. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du bei unserem Channel weiterhin dabei bleibst und abonniere doch meinen Kanal. Dann verpasst du auch keine weiteren Videos von mir. Also bis zum nächsten Mal und mach dir einen wundervollen Tag. Dat shit. Musik 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 Musik